Musik Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In diesem Videotutorial geht es um die Änderung der Einwahlnummer für die telefonische Einwahl der Teilnehmer, die per Telefon am Meeting teilnehmen möchten. In der an die Teilnehmer des Meetings versendeten Einladung ist standardmäßig als telefonische Einwahlnummer eine britische Nummer eingestellt. Wir möchten aber gerne eine Nummer aus Deutschland eingestellt haben, damit maximal die Kosten für ein Inlandsgespräch anfallen. Um die Einwahlnummer zu ändern, gehe ich bei WebEx in meinem persönlichen Raum auf den Menüpunkt Einstellungen. Dann auf Audio und Video und dort zum Punkt standardmäßige Einwahlnummer. Dort wähle ich im Dropdown-Menü als erste Nummer Germantoll aus. Als zweite Nummer wähle ich Germantoll 2 aus. Zum Speichern meiner Änderungen scrolle ich weiter nach unten und drücke auf den Button. Zukünftig erscheinen die deutschen Einwahlnummern in den Meeting-Einladungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020